Der Vater dieses Mädchen starb leider kurz vor der Geburt, doch ihre Mutter legte an ihren Geburtstagen und zu Weihnachten Geschenke an sein Grab und erzählte ihr, dass ihr Vater aus dem Himmel diese Geschenke gebracht hatte. Eine großartige Idee dieser Mutter, um sicherzustellen, dass ihr Vater immer noch ein Teil ihres Lebens ist.